Hallo, heute möchte ich mit euch über die Fußsohlensehner sprechen. Bei vielen von euch ist das Ding verkürzt, verspannt und es führt dazu, dass ihr nicht wirklich auf Zehenspitzen stehen könnt. Das, was ihr dagegen machen könnt, ist eine eigene Massage. Ihr könnt die Sehner greifen, also auch Spannung bringen, greifen und dann das Fußgelenk bewegen. Und noch besser, ihr habt irgendetwas von diesem Equipment hier, die Teppichrollen möchte ich dazu sehr gerne, es kostet noch so braun. Ich stelle euch einfach rauf und massiert so auf den Fuß. Passt auf, dass ihr nicht umknickt, im weiteren Schritt könnt ihr es auch als Belang zu benutzen, den ihr euch aufstellt und her und her haltet. Stärkt die Fußgelenke, dehnt sogar die Waden und massiert auf den Fuß. Ich persönlich immer gerne den kleinen Ball, hart ist sehr gut, Golfball ist gut, massieren nicht mehr so. Denn diese Sehner ist das, was diese Biegung der Zehen beeinflusst. Und das ist das, was ihr braucht, wenn ihr euch hier zum Krieg aufrichtet. Und das ist das Biegungen der Zehen beeinflusst. Und das dann geht es gleich miteinander. So, ob es geht aus. Und das bleibt ganz wichtig. So auf der Bussche ist ein Kunst.